Entwicklungen bezüglich eines Gehilfen, einer Reinigungskraft oder Tagesmutter, das für sie arbeitet, könnten auftreten. Es könnte nötig werden, dass sie sich um ein Problem dieser Person kümmern müssen. Sie werden sich Zeit für die Pflege- und Routineuntersuchungen ihres Haustieres nehmen. Es ist Tag der Sonne. Der Mond im Zeichenschütze könnte mit optimistischen und entspannten Energien Themen in den Vordergrund rücken, die uns erfreuen werden. Es ist ein geeigneter Tag für Tätigkeiten im Freien, den Sport, Ausflüge und kulturelle Veranstaltungen. Nachmittags um 14.10 Uhr wird der Mond in das Zeichen Steinbock übergehen. Unsere Verantwortungen und ernsthafte Themen könnten anfangen, aktuell zu werden. Wir könnten uns mit Arbeiten und Verpflichtungen, denen wir nächste Woche nachgehen müssen, beschäftigen und Pläne machen. Zwei Tage vor dem aufgehenden Mond wird das Mondlicht sich schließen. Wir könnten uns auf Themen konzentrieren, die beendet und abgeschlossen werden müssen. Wir könnten Dinge bestimmen, die unnötig sind und die wir aus unserem Leben schaffen wollen.